Ich war den ganzen Abend noch behalten. Toto, Wahnsinnsspiel heute für die Zuschauer, auch für mich von hinten. Ich war Zuschauer ja auch mehr oder weniger. Was sagst du zu dem Spiel? Erstmal, ich finde, dass du mindestens einen von den beiden Leitfemen erhalten konntest, aber hast du nicht gemacht. War dir wieder gefordert, ne? Ich habe einfach von dir das gewartet. Aber ist gut, du hast trotzdem einfach wie immer überall gespielt. Ich küsse deine Augen. Danke. Nein, was soll ich sagen? Die Fans waren auch nix heute? Die hätten noch ein bisschen mehr uns anfeuert. Nein, die waren schon wieder wie immer fantastisch. Auch von mir ein großes Danke an die Fans. Jetzt mal ganz ehrlich, war heute schon so ein lauer Sommerkick, aber das war unser Gesicht, oder? Ganz genau. Unser Wetter? Unser Wetter. Die Mannschaft hat uns gut gepasst, muss ich sagen. Die Borussia. Die haben auch über Außen oder durch die Mitte gespielt. Ja, entweder kurz oder lang haben wir auch gespielt. Perfekt. Ja, das hat perfekt gepasst. Gut umgesetzt. Ja, danke.